Das finde ich nicht so nett. Okay. Machen wir doch erst mal die Lager der Monat. Wir finden es heraus. Oh oh. Verwundet und getötet. Wir finden es heraus. Vorwärts, vorwärts. Ungeachtet aller Hindernisse. Hm? Ungeachtet aller Hindernisse. Also ja, mehrere kriegen die Brutte. Ich habe nicht genug Manna. Ich habe nicht genug Manna. So lange meine Haupttruppen noch am Leben bleiben, ist alles in Ordnung. Die schlagen sich ja zum Glück auch ziemlich gut. Ich habe nicht genug Manna. Ich brauche mehr Manna. Hey, Ballista hat Level abgerreicht. Oh oh. Es ist verbracht. Nun, wenn die Zugänge zu dem Brist frei sind, wird es einfacher sein, ihn in die Luft zu springen. Vorwärts, vorwärts. Ich verstehe. Ja, jetzt muss ich aber erst mal zurück in meine Wunderschöne eigentlich. Hier. Oh oh. Ihr habt meine Gedanken gelesen. Jawohl. Hier. Schneller. Höher. Stärker. Jawohl. Jawohl. Hm? Was? Zwei Fässer? Ja, das letzte. Nur kein Aufsehen erregen. Riecht hier irgendwas verballert? Hä? Warum habe ich nur zwei Fässer? Ja. Oh oh. Gut. Hier. Ungeachtet aller Hindernisse. Getroffene Feinde frieren ein. Das ist natürlich sehr schön. Gut. Schneller. Höher. Stärker. Hm. Oh. Vorwärts, vorwärts. Ach, die Balliste hat. Ein Pass. Wir finden es heraus. Ich verstehe. So, jetzt die Zombies. Und dann müssen wir uns nochmal zurückfallen lassen in eine der Städte, um unsere Wunden zu lecken. Wir sorgen dafür, dass niemand etwas merkt. Also ihr merkt, diese Mission ist sehr anspruchsvoll anstrengend. Das Gute ist, dass wir sie langsam peu a peu schaffen. Ich verstehe. Ich verstehe. Wir finden es heraus. Ihr habt eine Aufgabe für mich. Gut, gut. Wir gehen. Seid bloß ruhig. Wir sorgen dafür, dass niemand etwas merkt. So, weil mit der Armee diese riesige Untotbarme zu verdächtigen ist. Wir sorgen dafür, dass niemand etwas merkt. Das ist so gut wie unmöglich. Das ist so gut wie unmöglich. Das ist so gut wie unmöglich. Wir finden es heraus. Ich verstehe. Nur kein Aufsehen erregen. Na ja, gerade Spione mag ich sehr. Weil ihre Pfeile vergiftet sind auch. Hier. Und Speergoblins. Sind auf jeden Fall besser als Speergoblins. Ich verstehe. Ich sehe zwei Schreckensmagier und jede Menge Kanonenfutter. Also nichts, worum man sich jetzt ernsthafte Sorgen machen müsste. Insofern die Schreckensmagier halt fallen. Wir müssen halt wirklich mal gucken, dass wir Revit auf Max Level gehen. Oder am besten... Oh, die da hinten haben jetzt auch ein Level ab. Warum ist Hasmeer jetzt auf Level 1? Hä? Ich verstehe das jetzt gerade nicht. Ihr seid auch Level 1. Ich verstehe. Oh, die sind abgezogen. Also ja, mal gucken, ob ich die noch ein Level höher bringen kann. Nehme ich alles an Steinen und Holz, was so rumliegt, einsacken kann. Ich verstehe. Jawohl! Wir sorgen dafür, dass niemand etwas merkt. Wir finden es heraus. Ihr habt eine Aufgabe für mich? Riecht hier irgendwas verbrannt? Ich kann dich aufwerten. Oh. Das wollte ich nicht. Aber man ist so safe. Nein, das will ich nicht. Nein, das will ich nicht. Ich will keine... Und ich... Okay. Und das war auch noch, bevor wir hier alles kaputt gemacht haben. Nein. Ich habe es total verbrannt. Vorwärts. Vorwärts. Nicht schön. Absolut nicht schön. Wir finden es heraus. Schlachtet sie. Wir werden uns schnell von ihnen verabschieden. Ich verstehe. Ich habe es ehrlich nicht mehr gewusst, dass man die Bomber zu Ballisten weiterentwickelt. Verwundet und getötet. Dann verlieren wir auch noch einen Bomber. Hm, schön. Wir finden es heraus. Wir sorgen dafür, dass niemand etwas merkt. Wir sorgen dafür, dass niemand etwas merkt. Ich verstehe. Wir sorgen dafür, dass niemand etwas merkt. Verwundet und getötet. Ich verstehe. So, unsere andere Bomber hat die nächste Stufe erreicht. Das ist gut. Untertitelung. BR 2018 So, die Skilette da wegbäumen. Wir sorgen dafür, dass niemand etwas merkt. Wir finden es heraus. Ich verstehe. Wir sorgen dafür, dass niemand etwas merkt. Schlachtet sie. Oh oh. Schlachtet sie. So, die kreischenden Tode. Mal wegmachen. Ich bin hier. Feuer! Meine Pfeile sind scharf. Es ist ein wenig schwierig. Es ist ein wenig schwierig. Ich sehe das Ziel. Ziel gesichtet. Wisst ihr was? Ähm. Weil ich gerade etwas deprimiert bin. Wir sorgen dafür, dass niemand etwas merkt. Werden wir an dieser Stelle jetzt einfach meinen Cut machen. Also, Spiel speichern. Unter Let's Play speichern. Ja. Und dann versuchen wir es irgendwann das nächste Mal aufs Neue. Also, bis dann. Bis dann.